Acht Uhr? Acht. Acht Uhr ist wunderbar. Kochst du was Schönes? Na weißt du doch. Super, ich freu mich. Ja, klar. Ciao. Ja, mach's gut. Oh Gott. Du willst doch damit nicht andeuten, dass er mit seiner neuen Tussi, diesem Flitzchen, dieser Schlampe, zu uns zum Essen kommen will? Au! Über dumme Menschen, da macht man keine Witze. Doch, über dumme Menschen darf man Witze machen. Die sind nicht in der Minderheit. Entschuldigt, dass wir uns verspätet haben, deshalb bin ich schon mal... Hätte ich mich bloß nicht auf dieses Essen eingelassen. Ich schritt wie ein Schwein vorm Bolzenschuss. Freut mich wirklich sehr. Freut mich wirklich sehr. Wenn du dich einmal so freuen würdest, mich zu sehen. Ich bin eine ganz schlimme Naschkatze. Mein Gott. Wie sie durftet. Ich will hier wieder wild sein, hier jung sein. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr kommt. Kommt doch mal wieder, wenn ihr weniger Zeit habt. Kannst du Gedanken lesen? Deine immer. Wenn觸손. Applaus Ich will jetzt nicht.